Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Park Seybleed Pixels. So, ich habe nach weiteren 17 Minuten und einigen weiteren Anlaufen einmal bin ich hier oben angekommen und ja, an dem die da rumlaufen hier gerade noch. Verreckt. Und ja, diesmal habe ich es jetzt aber geschafft. Ich habe das ja jetzt im letzten Part als, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es dann gemacht haben werde, vielleicht auf jeden Fall an den letzten Part eingeschlossen, vielleicht als in doppelter Geschwindigkeit, vielleicht auch in normaler, mal gucken, in normaler wird es halt ein ewig langes Video. So, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es mache, aber jetzt schauen wir doch erstmal weiter. Wir haben hier einen Speicherpunkt und jetzt bin ich mal neugierig, was es hier so gibt. Oh Gott, nichts als den Tod oder was? Ja, okay. Dann, äh, da ich ja davon ausgehe, dass es hier weitergeht. Komm, hoch mit dir und zack. Komm, hoch mit dir und zack. Und dann haben wir gleich schon den nächsten Speicherpunkt. Weiß jetzt nicht, ob ich den mir gleich holen soll hier. Hm. Mal, ich wurde gerade sagen, man hätte es ja mal riskieren können. Ich denke mal, nicht, dass es... Oh, war ja. Hey, Moment mal. Komme ich da unten vielleicht irgendwo heil an? Nee, da unten muss ich ankommen. Naja, gut, okay. Okay. Du kannst mich mal gerne haben jetzt. So. Komm her. Und lass mich jetzt bloß in Ruhe. Komm, noch ein Stück. Halla, die Waldfeder, es gibt noch mal einen Speicherpunkt, oder? Nein. Das finde ich jetzt schade. Oh nein, dieses eine Kügelchen würde mir fehlen. Ich komme natürlich hier. Und dann muss ich natürlich hier wieder hochspringen, ne? Ah, das ist dumm. Das war so klar. Aber egal. Oh, la, die Waldfee. Geht doch. Geht doch. Okay. Na? Okay. Ich komme da irgendwie. Nicht so ganz. Hupsa. Hoch, wie ich mir das gerne wünsche. Oh, la, die Waldfee. Ja. Okay, ich weiß, ich habe es auf jeden Fall gesehen, wo es weitergeht. Ja. Hm. Doof. Was? Nein. 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 Ja, dann gehen wir hier nochmal drauf. Ich glaube, hier werde ich auch nochmal arke Probleme haben, weiterzukommen. Ach ja. Oh Mann. Super, ach da oben, da wäre eine Stelle, wo es schleicht. Nö. Nö, da kann ich auch nicht lange stehen bleiben. Oh. Ach, come on. Ihr blöden Siegen könnt aber auch nichts als Ärger machen. Ah, die Waldfee. Tschüss. Nein, ach come on. Das hätte ich jetzt eigentlich verhindern können. So, probieren wir es nochmal. Machen wir uns erst nochmal kaputt. Ach, come on. Warum bist du jetzt so schräg nach unten? Irgendwie. Irgendwie klappt es nicht mehr. In die Stachelwand. Ja, das war so klar. Das war dumm. Ach, come on. Ich muss aufpassen, dass ich da gegen diese Messer schwingen kann. Oh, come on. Wie soll man das hier berechnen? Man muss hier die ganze Zeit gucken. Dass man hier weiterkommt. Oh, das gibt es doch nicht. Das war so klar. So klar wie Kloßbrühe. Oh, come on. Warum nach unten? Ich drücke nichts nach unten, ne? Aber ich falle nach unten, ne? Beim Springen. Da habe ich mich natürlich auch schon genug drüber ausgelassen. Ach ja. Was das angeht, dass man einfach oben drüber springt. Und vor allem, es ist ja jedes Mal anders, wie ich... Ach, das gibt's. Ach ja. Okay, ich muss mich anders setzen. So. So, jetzt hat man mein Stuhl schön quietschen gehört. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kann ich da wieder gegen Stacheln. Jetzt habe ich mal gewartet kurz. Wamma. Da ist man auch noch nicht gestorben, glaube ich. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dieses nach unten weg? Ich würde das gerne alles so abtimen. Ach, würdest du vielleicht bitte freundlicherweise richtig so abspringen? Mann. Schubst mich doch nicht so blöd nach oben. Wenn ich einmal von der Säge getroffen werde, sind die Chancen gleich null. Ja. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hier. Oh, kannst du nicht ein bisschen später kommen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Alter. Neun. Neun. Mann, diese Segen. Ich hasse sie. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, ja, genau. Ja, ich habe das schon gesagt. Ich weiß es. Das gibt's nicht. Was soll das denn? Was soll dieses Zurückspringen? Ich kapier's nicht. Prima. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss doch da vorbeikommen können. Ich war doch eben schon mal vorbei. Ach, Mann, das ist jetzt so lange wieder her, dass ich da vorbei war. Mensch. Und dann immer wieder diese Scheißsprünge. Was soll denn diese Scheißsprünge? Alter. Das verstehe ich einfach nicht. Was sollte das denn jetzt schon wieder? Dieses schräg nach dem Boden springen. Irgendwie ganz was Neues, das ist. Ich kapier's nicht. Alter, würde ich da doch einfach mal wegspringen können von den Segen. Aber nein, sie erwischen mich sofort. Ja, hätte ich einen weiteren Sprung gebraucht. Aber nein. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da knallt... Kratschig. Wieder an diese Starren ran. Ach ja, das war dumm wieder mal. Tschüss. Na, verdammt nochmal, warum triffst du mich auch in der Luft? Ach, come on. Ich muss doch jetzt... Ach, come on. Ich muss doch jetzt endlich mal da oben ankommen. Und nicht dabei drauf gehen. Ach, come on. Dann muss die Sege mich jetzt nochmal zurückschubsen. Ja, ich... Das war doch jetzt wieder mal so saudumm, ne? Ich will mich zurückbewegen. Was macht das? Beim Umdrehen runterfallen. Ach, ja. Als ob's das braucht, ne? Jo. Jetzt springt er nochmal wieder. Ach, Mann. Hättest du mich nicht einfach nach oben schubsen können, mal kurz, anstatt zurück? Ja, ich will mich nicht einfach nach oben auf nichts stund auf uns huOWN. Ich will michなく mittlerweile mein Father 1. kommen doch bestimmt noch mehr man ich habe schiss vor den dingen hier das ist das 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 kriege ich ihn ich kriege ihn speicherpunkt warum habe ich das gefühl dass ich hier oben nichts mehr finde außerdem tot ach komm das ist jetzt das ist jetzt mal kurz eine kleine challenge hier oben ob man die wohl mitnehmen können komm das probieren wir einmal noch also es war mir klar dass da oben nur eine karte ist oder seite besser gesagt eine seite aus diesem teuflischen buch ich bin doch ganz normal weiter gesprungen wie die ganze zeit aber es schafft sei es nicht da hoch zu kommen na komm das machen probieren wir noch ein paar mal ich bin doch gefälligst mal richtig ich war doch eben schon mal da hochgekommen hm ach komm ok ich sollte es dann doch aufgeben so hier öpsala schätzungsweise müsste ich da durchstechen ok aber am besten auch im richtigen moment hm wobei ich würde eh sagen dass wir das im nächsten part probieren hier wann zum geier soll ich denn da wann ist zum geier ist hier der richtige moment zum durchkommen hm die bewegen sich so schnell da ist ja quasi nichts mehr machbar höh ach ja oh ich hab's mal geschafft hier durchzukommen und hm hm ja ich trau mich net ach ja wieder mal hat's nicht gerafft dass ich beide tasten gleichzeitig gedrückt hab what the fuck und nun ach du scheiße nein ich kriege ich kriege ich kriege keinen save point oh ja ok das ist auf jeden Fall ne ne sache für den nächsten part dann damit ist diese hier jetzt zu ende und im nächsten geht's weiter vielen dank fürs zuschauen